und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von resident evil 3 dem remake ja ich weiß jetzt nicht so genau was kommt deswegen lasse ich jetzt mal nur zwei heilung drin die granaten ich bin ehrlich gesagt nicht sicher was jetzt kommt weil wir müssten ja auch schon langsam aber sicher mal richtung ende kommen oder ich nehme eine heilung ich nehme am besten noch eine mit falls da doch noch irgendwas kommt was ja ich bin so ein kleiner schisser ich gibt es ja ganz ehrlich zu einmal gemischte kräuter ich meine wir haben ja trotzdem noch vier plätze frei die minen granaten weiß ich jetzt nicht ob ich die mitnehmen soll ja also rechts schrot unten granatwerfer oben pistole ja ich okay das sieht mir irgendwie schon wieder so ganz böse nach bosskampf aus das sieht mir nach akkus aus ach nicht dass das aber da ist nicht dieses große ding was aussieht wie so ein hammer oder so das ist aber jetzt nicht die diese waffe diese ich weiß nicht mehr wie sie hieß wovon ach da hinten ist was zum runterkommen okay das ist jetzt aber nicht die waffe von der die da gesprochen hatten oder kann man nichts sehen nicht dass da irgendwie ein hunter rauskommt oder so das wäre natürlich jetzt krass wenn das aber das finale glaube ich nicht das findet doch normalerweise immer glaube ich oben auf dem stadt oder auf dem auf dem dach nach der schon wieder erledigt gibt mir den impfstoff du gieriger mit karl nein 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 du bist geld wert ich mag das wird eine lange partnerschaft runter mit der waffe hatte ich mich jetzt erschrocken ach du scheiße ich kann mich an so ein vieh auch erinnern wobei ich nicht weiß doch ich glaube es war auch nemesis aber hast du ja sowas erstaunliches gesehen die daten darüber wären millionen wert aber du weißt wie es ist die stadt wird hochgejagt leben sind unbezahlbar viel glück nikolai schnapp dir nikolai er hat den impfstoff was ist mit dir uns läuft die zeit davon ich pack das schon klar tust du das ja klar hör zu du dass du es weißt das ist das letzte mal ok also der scheint mit den händen auf mich zu greifen oh und mit säure zu spucken hier können wir was machen das ist in die falsche richtung gewesen ja nee ist klar oh nicht nochmal ne oh scheiße okay weich aus man jill hat der mich jetzt oh der hat mich so getroffen fuck ähm nein 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 ich bin aber immer noch auf gelb komm schon nein das hat nicht mehr geklappt mit dem ausweichen oh ähm okay ja dann laden wir doch mal gut dass ich vorher nochmal gespeichert hatte irgendwas hatte ich aber gemacht ich hatte auf jeden fall achso nee lag hier nicht noch irgendwas hier lag nichts mehr ich hatte aber noch auf jeden fall ich sag schon heilung mitgenommen ich würde sagen ich nehme vielleicht auch ein bisschen mehr heilung mit ich meine wir haben da ja so viel von ähm granaten mäßig nehme ich dann am besten auch mal noch welche mit ja blendgranate denke ich mal wird nicht allzu sehr funktionieren explosive granaten säuregranaten schmeißen wir die noch hier rein wenn wir jetzt im moment nichts einsammeln können na komm wo waren die anderen granaten oder hatte die jetzt hatte die jetzt kombiniert anscheinend anscheinend okay ja okay also ich speichere jetzt ähm trotzdem nochmal eben damit ich das jetzt gleich nicht mehr ups nicht mehr richtig machen muss jetzt weiß ich ja dass nemesis hier kommt oh gott oh gott oh gott hab ich jetzt was rausgeworfen oder stand ich da jetzt eben nur drauf dass ich das nicht gesehen habe ich weiß es nicht keine ahnung oh gott können wir aber direkt schon mal ich katte das jetzt wohl ein bisschen mit der zähne hier kann ich das kann ich okay ausgabefach wird veröffnet das gefällt mir schon besser falsch ist sie braucht strom was tut dir weh was willst du noch mehr ah komm schon noch zwei stromquellen aktivieren nein mach mach chill ist das dein ernst noch eine stromquelle aktivieren alle stromquellen aktiviert nur zu ich bring dich gleich wieder zu boden muss ich die scheiße machen muss ich die scheiße machen komm schon das nächste mal verpiss dich einfach mhm lecker den bin ich los ja die frage ist kann der sich noch mal reaktivieren also reaktivieren ja ihr wisst schon was ich meine ich schmeiße mal doch ich schmeiße mal stormgewehr weg aber da haben wir so viel von da kann ich gar nicht rum okay hier ist auch noch was oh sturmgewehr munition okay pistolen können wir auch nicht mehr nehmen erste hilfe spray okay entweder ist das jetzt damit man im kampf komm ich denn jetzt hier wieder raus hinten rechts ist ein leiter muss ich dann durch den durchlaufen oder irgendwie schon ich muss durch die mitte durch oh Gott na hier bitte nicht abfackeln lassen hab ich jetzt ja hab ich okay irgendwie sieht das hier ein bisschen böse aus ich mich da wein ist hier hinten noch irgendwas nope okay ist jetzt aber auch kein äh countdown im hintergrund am laufen oder so den ich nicht gesehen hab oder ich kann ihn noch einholen das weiß ich nicht ob du das noch kannst wenn sich jetzt noch tausende hunter und zombies entgegenstellen vielleicht nicht keine info okay na gut doch noch ein endkampf oh nein oh nein hörst mich nicht auf habt ihr das hier versprochen oder nein hast du eine ahnung was du gerade getan hast weiß nicht mir egal mein klient hat mir bevollen umbrella auszuschalten zehn minuten bis zum raketeneinschlag die rakete wurde gestartet zeit zu gehen leb wohl miss valentine schade dass du nicht hören wolltest dann ich kann nicht ich triffe dich mach schon du musst einfach es geht nicht Oh Gott. Ich habe aber in den Kopf geschossen, nicht in den Hals. Ich sage doch, ich lasse dich nicht allein zurück, dass wir einfach zu graus haben. Was ist mit dem? Halt ihm doch das Schrotgewähne im Mund. Für wen arbeitest du? Ich sage es dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Ich bin Jill Valentine und ich werde immer die Wahrheit erfahren. Jill, alles okay? Da ist sie. Du bist ein Narr. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Ja, und das ist jetzt das Ende von Resident Evil 3, dem Remake. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, gerade als Resident Evil Fan bin ich natürlich absolut begeistert von diesem Teil. Es ist endlich mal wieder ein... Ja, ich meine, das zweite war auch ein vernünftiges Resident Evil, haben sie auch sehr gut umgesetzt mit dem Remake. Aber im zweiten Teil war es sogar schon so, dass man in der leichtesten Version mega wenig Munition hatte und ich glaube auch die Heilung ziemlich knapp war. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe so viel jetzt in die Tour reingetan, dass ich mich mega, mega darauf freue, die normale und auch die Veteranenstufe zu spielen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie mindestens noch eine Stufe haben, die da noch drüber liegt. Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht informiert, aber ich gehe da stark von aus. Also, dass es auf jeden Fall vier verschiedene Stufen gibt. Und drei gibt es definitiv. Vier weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass man die noch freischalten kann. Und ich werde mich da definitiv ransetzen und werde, sobald es mir wieder möglich ist, die normale Version spielen. Beziehungsweise vielleicht auch direkt mit der Veteranenversion anfangen. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Veteranenversion würde ich nur dann spielen, wenn ich wirklich mir das nochmal angeguckt habe, was ich wo gefunden habe und mir dann aufschreiben würde, wo was gewesen ist. Ich hoffe, dass dann auch wirklich die Sachen wieder da liegen und sich nicht geändert haben. Also da, ja, werde ich vielleicht noch die ein oder andere Überraschung erleben. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist richtig, richtig geil gewesen, dass dieses Resident Evil endlich wieder ein vernünftiges Spiel gewesen ist. Klar sind auch ziemlich viele Zombie-Massen, sage ich mal, dabei gewesen. Das sind dann, ja, Richtung Ende hat es dann doch zugenommen. Also am Ende habe ich gedacht, oh Gott, hier wird man wirklich von einem großen Kampf in den nächsten reingeschleudert. Und dann kamen dann noch die weißen Zombies da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen. Die es ja auch schon in den anderen Teilen gab, wo ich gedacht habe, oh, es kotzt mich so der Massen an. Und da habe ich mich ja daran erinnert, dass man da mit der Magnum einen Schuss und die waren weg. Was ich etwas bemängele, ist, dass man keine Magnum-Munition danach mehr bekommen hat. Zum Glück gab es genug Munition, gerade genug Munition. Aber da musste auch wirklich jeder Schuss ein Treffer sein, um alle weißen Zombies zu töten. Aber eben nur in dieser Variante. Ich befürchte, dass in der normalen und gerade auch in der Veteran-Variante, ja, wahrscheinlich mehr Zombies kommen und gleiche Anzahl an Munition von der Magnum ist. Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn man da dann auch mal mehr sammeln könnte. Alles in allem hat es mir auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß gemacht, auch diese Version wieder komplett durchzuspielen. Und würde mir garantiert auch wieder Spaß machen, in den anderen Stufen durchzuspielen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was man sich noch freischalten kann. Da gucken wir jetzt gleich nochmal nach. Einfach einziger kleiner, ja, Wehmutstropfen nenne ich es mal. Die Bosskämpfe fand ich wirklich geil. Also, die werden in den anderen Stufen garantiert noch sehr viel schwieriger sein. Was ich natürlich nicht so schön fand, ja, sind halt die One-Hits, sag ich mal. Sowohl vom Hunter, gut, ich denke, also nach dem, was ich mitbekommen habe, wird das wohl so sein wie bei den alten Huntern, dass wenn man nah genug reinsteht, die halt eben nicht springen. Manchmal lässt es sich aber nicht vermeiden, wie jetzt zum Beispiel, wo die zwei oder drei Hunter, ich glaube zwei waren es, auf einmal gekommen sind, da ist der eine ja schon von hinten so ein bisschen gesprungen. Und, ähm, ja, ich hatte noch Glück, dass der mich jetzt nicht erwischt hat mit einem One-Hit. Grundsätzlich würde ich es aber auch gut finden, wenn in dem Teil mehr Kopfschüsse möglich wären. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo eine Waffe freizuschalten gibt, die wirklich Kopfschüsse garantiert oder so, wenn man richtig trifft. Ähm, es gab einige, was, ähm, ich sehr, sehr gut fand, gab es ja im zweiten Teil auch. Aber ich meine, es war auch im zweiten Teil so, dass es doch sehr viel schwieriger war, Kopfschüsse zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue und man konnte relativ gut welche machen. Ähm, das hätte ich halt schon gerne, weil ich dann auch genau weiß, okay, die stehen nicht mehr auf. Dementsprechend, mein Headshot ist natürlich das A und O, wenn man gegen Zombies kämpft, das ist ja klar. Ja, ansonsten kann ich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ich fand es ein bisschen komisch irgendwie, wenn auch natürlich, ähm, positiv für mich, weil ich ja damals auch Notizen gemacht habe in, ähm, der, den Runden auf der Playstation. Und, ähm, natürlich dann wusste, ich glaube, drei oder vier Codes waren es, die aus dem Original dritten Teil quasi geklaut wurden. Und, ähm, ja, ich habe es dann irgendwo mal gehört, dass, also irgendjemand hat mir mal gesagt, dass man die alten Codes wiederverwenden kann. Und das haben wir ja dann ja auch getestet und es stimmt wirklich mit dem DCM war es, glaube ich, und Cap und noch zwei Safe Codes, glaube ich, ähm, die dann aus dem Alten sozusagen geklaut wurden. Fand ich ein bisschen seltsam auf der einen Seite, fand ich auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr gut, weil dann brauchte ich nicht lange suchen. Dann konnte ich einfach meine Aufzeichnung nehmen von dem Original dritten Teil. Ja, wir werden uns jetzt gleich nochmal ganz kurz anschauen, ähm, ob und wenn ja, äh, was wir freischalten können in diesem Spiel. Okay, ich denke, da läuft allerdings jetzt noch was. Ich kann es, doch, ich kann es überspringen. Mhm. War das jetzt Jill? Weil sie hat das ja mitgenommen. Oh. Ja, ihr habt doch gesagt, ich spiele schon gefühlt mindestens sieben oder acht Stunden dran. Das waren sogar neun Stunden. Dann machen wir jetzt noch einen schnellen Blick. Ja, das ist dann alles, was man machen konnte. Achso, bestätigen. Der Shop wurde freigeschaltet. Sie können jetzt, Shop? Sie können, oh, sie können jetzt Objekte im Shop kaufen, auf die sie im Hauptmenü auszugreifen können. Zum Freischalten brauchen sie Punkte, die sie durch den Abschluss von Herausforderungen verdienen. Okay, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, unter Boni? Ah, Boni und Shop, okay. So, das Dars-Kostüm. Ist natürlich auch ganz schön, aber ich habe ja mit dem anderen, also mit dem originalen Kostüm gespielt. Wie viele Punkte habe ich? Achso, da oben. 7.860, okay. Also viele bekommt man jetzt auch nicht. Eisene Verteidigung. Verbessert erheblich, achso. Verbessert erheblich die Verteidigung, wenn im Inventar. Haben sie zwei davon, wird der Effekt noch verstärkt. Oh, okay. Mit der Erholung dann das Gleiche. Verbessert erheblich die Angriffskraft, wenn im Inventar. Halten sie zwei davon, wird, oh, das ist ja krass. Ist natürlich schon geil, dann auch für die nachfolgenden Spiele. Wiederladepresse erhöht die Menge der durch Kombinieren gewonnenen Munition, wenn im Inventar. Ist natürlich immer scheiße, dass dann ein Platz belegt ist dadurch. Oh, ich habe Schlück auf. Stars Feldhandbuch von Chris Redfield erstellte Stars Nahkampfhandbuch. Physische Attacken, wie das Perfekte ausweichen können, leichter ausgeführt werden, wenn im Inventar. Okay. Dietrich erlaubt es, einfache Schlösser ohne einen Schlüssel zu öffnen. Ja, wobei ich den dann ja dabei habe. Aber den wird man dann wahrscheinlich von Anfang an dabei haben, nämlich mal an oder spätestens seit der ersten Truhe. Bolzenschneider dann genau das Gleiche. Oh, da die Inventarkapazität überschritten wurde. Hä, wieso überschritten? Hat die man zusätzliche Gegenstände? Ach so, da sonst die Inventarkapazität. Ach so, weil man ja auch noch welche findet. Ja, ist klar. Ja gut, die Stufe werde ich auch definitiv nicht spielen. Also ich werde dann gucken, dass ich die nächsten zwei noch mache. Ach, die kann man sich direkt zwei am Anfang dann kaufen. Ah, Hot Dogger. Ein von Umbrella entwickeltes Anti-Bio-Waffenmesser. Die extrem heiße Klinge lässt Gegner in Flammen aufgehen. Das hört sich auch sehr, sehr nice an. Das heißt, die sind dann direkt am Brennen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Andererseits, naja, damit einen Zombie zu killen, ist natürlich so eine Sache. Samurai Edge 9mm Pistole. Eine exzellente Waffe mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Feuerkraft. Ich gehe mal davon aus, dass die dann unendlich Schuss hat. Will ich doch hoffen. Elektrische Entladung basiert. Große Mannstoppwirkung. Okay. Aber nur gegen... Bei Einsatz gegen Schwachpunkte des Gegners. Na gut, beim Zombie ist das ja quasi der ganze Zombie. Braucht man nicht unbedingt gegen den Kopf zu schießen, glaube ich. Ach nee, hier ist es unendlich. Dann ist die andere... Moment. Mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Feuerkraft. Dann hat man da nur eine verbesserte Pistole. Und die mit unendlich Schuss. Dafür fehlen mir 140 Punkte. Wollt ihr mich verarschen? Sturmgewehr mit unendlich Schuss. Das ist jenseits von Gut und Böse. Okay. Raketenwerfer könnte man auch noch mit unendlich Schuss holen. Okay. Also ich werde mir jetzt erstmal nichts kaufen. Ja. Sind auf jeden Fall einige wirklich gute Herausforderungen bei. Die man zwar nicht schnell, aber doch recht gut erreichen kann. Und definitiv auch erreicht, indem man das Spiel ein paar Mal durchspielt. Da ich eh noch mindestens Stufe Normal und Veteran durchspielen werde. Ist das kein Problem. Da werde ich noch ganz viele Punkte dazu kriegen. Und... Ja, ich denke mal die anderen beiden. Das wären noch Zusatzstufen gewesen sein, die ich da jetzt gelebt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, diejenigen von euch, die das Spiel selber noch nicht gespielt haben, haben die ein oder andere Sache vielleicht gut nachgucken können. Wo man ganz gut mit den Gegnern umgeht oder wo man vielleicht anders handeln sollte. Dieses Let's Play ist auf jeden Fall hiermit erstmal beendet. Und ich muss mal gucken, ob ich die anderen Versionen, also die anderen Schwierigkeitsstufen auch aufnehmen werde. Wenn ich Lust darauf habe, mache ich das auf jeden Fall. Ja, dann wird das definitiv auch hier hochgeladen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann hoffe ich, dass wir uns in einem anderen Let's Play wiedersehen. Bis dann. Ciao.